Quadratisches Gleichungssystem. Gleichungssystem, den Begriff, kennen wir aus der 9. Klasse. Wir hatten lineare Gleichungssysteme, nämlich zwei Geradengleichungen. Und wenn wir die miteinander verarbeitet haben durch ein Einsetzungs-Gleichsetzungsverfahren usw., dann konnten wir den Schnittpunkt der beiden Geraden berechnen. Dieses Mal ist es fast genau das Gleiche, nur dass es diesmal eben nicht nur lineare Gleichungen sind, die hier verarbeitet werden, sondern auch quadratische Gleichungen. Denn sobald eine quadratische Gleichung dabei ist, sprechen wir von einem quadratischen Gleichungssystem. Ich habe da mal so ein System mitgebracht. Wir haben hier eine quadratische Funktion und hier eine lineare Funktion. Es könnten auch zwei quadratische Funktionen sein. Das heißt ja nur, mindestens eine quadratische Funktion. Aber es ist euch völlig egal. Ihr müsst ja nur die Angabe anschauen und dann schauen, wie es weitergeht. Wir gucken uns das Ganze zeichnerisch an. Also wir haben ganz normal eine Parabel und wir haben eine Gerade. Und es ist so wie in der 9. Klasse. Das, was wir suchen, sind die Schnittpunkte. Das heißt, wir versuchen, das miteinander so zusammenzuführen, dass diese beiden Punkte berechnet werden können. Das führt zu unzähligen Aufgabenstellungen. Was wir hier machen müssen, ist einfach nur das Gleichsetzungs- bzw. Einsetzungsverfahren anwenden. Denn es ist doch schon schön vorbereitet. Links steht ein y und auch hier steht links ein y. Das heißt, dadurch, dass das gleich y ist und die rechte Seite hier auch gleich y, können wir diese beiden Terme mit den x zusammenführen. Das heißt, x²-2x-2 ist das gleiche y wie 2x-1 hier. y gleich y. Wir versuchen ja den Schnittpunkt zu bestimmen. Das ist jetzt eine quadratische Gleichung. Also das war ein Gleichungssystem. Die führen wir zusammen und jetzt wird eine Gleichung draus. Eine quadratische Gleichung lösen wir über die Mitternachtsformel. Das heißt, wir müssen das jetzt in diese Form bringen, dass rechts oder links die 0 steht. Wir machen es uns natürlich einfach und bringen bloß zwei Terme auf die andere Seite. Nämlich minus 2x plus 1. Das weg und das weg. Wenn man das zusammenfasst, minus 2x minus 2x, kommt hier minus 4x raus. Wenn man die 1 dazu addiert zu 2, kommt 3 raus. Und jetzt kann ich es in die Mitternachtsformel einsetzen. Aufpassen muss ich hier bei der minus 4. Ich habe hier ein Minus dran stehen, also muss ich die minus 4 nochmal in Klammern setzen. Das habe ich bei einem Paar gesehen, dass das vernachlässigt worden ist. In der Wurzel oder unter der Wurzel muss ich natürlich auch mein b minus 4 klammern. Alle anderen Werte sind positiv. Das heißt, ich kann sie einfach hinschreiben, ohne Klammer zu setzen. Aufpassen, vor dem x² steht ein Wert, nämlich 1. Also hier bitte nicht x oder sonst irgendwas schreiben. Ja, und wenn ich jetzt das in den Taschenrechner eingebe, bekomme ich einen x1-Wert gleich 3 und x2-Wert gleich 1. Damit sind wir aber noch nicht fertig. Nochmal zurückerinnert, wir suchen ja eigentlich Schnittpunkte. Ja, wir wissen, dass wir für x1 gleich 3, dass wir hier einen Schnittpunkt haben und für x2 gleich 1 einen Schnittpunkt haben. Also müssen wir dazu gehörigen y-Werte noch berechnen. Und das geht jetzt ganz einfach. Wir nehmen diesen x-Wert und setzen entweder in diese Gleichung ein. Oder in diese. Ich habe jetzt bei der ersten einfach die quadratische Gleichung genommen. 3² minus 2 mal 3 plus 2 gibt einen y-Wert von 5. Hier drüben habe ich diese Gleichung hergenommen. Also 2 mal 1 minus 1 gibt genau 1. Ich hätte natürlich auch bei beiden die lineare Gleichung nehmen können. Ist auch einfacher, weil da muss man weniger einsetzen. Aber das bleibt euch überlassen. Ich wollte hier nur beide Optionen offen halten. Und damit habe ich einen x-Wert von 3, einen y-Wert von 5. Passt auch ganz genau zu unserer Zeichnung. Und beim zweiten Schnittpunkt habe ich 1,1. Also hier dran ist auch völlig wurscht, dass hier das der erste und hier der zweite ist. Darf auch andersrum genannt werden. Ja, und das war es zu quadratischen Gleichungssystemen. Das kann jetzt immer mal wieder vorkommen, dass wir Schnittpunkte bestimmen müssen von quadratischen Gleichungen und linearen Gleichungen. Oder eben von quadratischen Gleichungen. Also wenn es zwei sind. Man spricht von einem quadratischen Gleichungssystem, wenn mindestens eine Gleichung quadratisch ist. Die Lösung sind Schnittpunkte. Also das Ergebnis am Schluss, denkt man immer dran, müssen Schnittpunkte ergeben. Ich darf nicht x1 gleich 3 und x2 gleich 1 stehen lassen. Das ist nicht die Frage gewesen. Die Frage hier bei quadratischen Gleichungssystemen sind Schnittpunkte. Je nach Lage ergeben sich zwei, ein oder keine Schnittpunkte. Ja, das muss ich euch jetzt nochmal zeigen. Warum es hier zwei Ergebnisse gab, also zwei Schnittpunkte, liegt natürlich daran, dass die Diskriminante größer ist als 0. Dadurch bekomme ich auf zwei x-Ergebnisse und damit bekomme ich auch zwei Schnittpunkte. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass die lineare Gleichung anders liegt. Ja, dass die so liegt, dass es quasi nur einmal schneidet. Dann wird es passieren, dass die Diskriminante hier, also wenn ich dieses quadratische Gleichungssystem angewendet habe, dass die Diskriminante 0 wird und damit erhalte ich nur einen Schnittpunkt oder einen x-Wert. Und es kann passieren, dass sich beide gar nicht schneiden. Ja, dass beide aneinander vorbeigehen. Dann ist auch klar, dann wird unter dieser Wurzel etwas Negatives stehen und damit wird es keine Lösung geben. Also das immer beachten, ich kann nicht jedes Gleichungssystem lösen. Das war auch schon bei den linealen Gleichungssystemen der Fall. Nämlich dann, wenn zwei parallele Geraden da waren, konnte ich auch keinen Schnittpunkt berechnen. Gut, das Ganze kommt jetzt auch ins Themenheft. Nochmal kurz zurück hier zusammengefasst. Diese Gerade müsst ihr natürlich zeichnen. Die Funktionen stehen hier oben. Bitte auch sauber mit Wertetabelle und Taschenrechner.